Willkommen, hier ist Amrachter und Raja, ich habe noch ein Video gemacht. Sag doch deine Adresse. Sag doch deine Telefonnummer. Sag doch meine Telefonnummer. Damit die alle wieder nach Hause kommen. Schöne Mädchen sind eigentlich. Dann wird ja auch nach Hause kommen. Unser Modell ist auch noch dabei, der wollte Bilder. Aber dieser Kerl, seht ihr, hat meine Kamera nicht gewollt. Er hat mich eingeschaut und wird das rückgeschickt. Sozusagen. Und wir sind jetzt Richtung City unterwegs. Wir gehen shoppen, eventuell vielleicht, wenn wir noch Zeit haben. Ja, für eine Stunde oder was? Wir kommen immer eine halbe Stunde Parkplatz zu suchen. Was? Das auch noch. Hast du Maske hier? Nein. Oder müssen wir kaufen gehen? Ich habe einen und meine. Wir können teilen, ne? Sieht doch in der Boxershow. Machst du Kiktok-Video. Ich schwöre, das wird genauso passieren. Wir sind schon in der Stadt angekommen. Und jetzt fängt wieder dieses Park-Theater an. Gehen wir unbedingt verdammte Straße parken, wo es eh meistens kein Parkplatz ist. Dann müssen wir hier sieben Runden drehen. Minimum. 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 Und es geht noch Schule. Er muss sich die Bücher kaufen. Und der auch noch. Hallo, das werden auch noch Kinder gucken. Deswegen, ich will nicht, dass die meinetwegen was Falsches lernen. Ich muss ein Vorbild für die sein. Schaitana. Und ja, das hat schon angefangen. Wie ihr seht, schönes Wetter. Das sind die letzten von Sommertagen. Und jede Menge Syrer haben wir hier auf die Straße laufen. Die, naja, unbedingt Krankenschein haben wollen. Krankenschein. Ja, das bekommen sie aber nicht, weil Kemal seine Bremse immer noch fit hat. Der hat eine gute Bremse wirklich. Aber das was mich ärgert, der bremst sofort und stark. Schau mal, wie der sitzt, Alter. So sprechen wir. War ja klar, dass auf sowas steht. Guck, ich hab der sitzt auch so komisch halten. War ja klar. Mir ist der nicht aufgefallen, Alter. Nein, ich steh auf sowas nicht. Nein, nein, nein. Ich steh auf sowas nicht. Nein, ich steh auf sowas nicht. Ich steh auf den Depos, Alter. Und wie hart noch dazu, Alter. Scheiße. Was ihr labert? Nicht glauben, Kinder? Du schichst sowas auf den Depos, Alter. Alles ist möglich in dieser Welt. Ich hab's mit dir euch. Ja, du bist krank, weil du auch Pendervo steht. Und... Sag mal nochmal. Pendervo. Okay. Die haben im Schiff gerandelt. Das Bücher. Bücher links. Bücher rechts. Bücher rechts. Links und rechts. Und die zwei. Sind immer noch Kinder. Bauen Bücher. Die Hunde drauf. Und das bin ich. Und das bin ich. Noch eins. Hör. Wie gut tut das, Mensch? Wie lange war Schule? Oh mein Gott. Wie lange war es? Wie lange war es? Wie lange war es? Wie lange war es? Brennt die Bar. Wie lange war es? So, wir sind in Haliang-Schäpp. Bücher zu kaufen. In die Bücher. Hände hoch. Hier zur Brücke. Ich schwöre, nach einem Monat habe ich es nicht gekauft. Was habe ich gekauft? Wieschein. Was habt ihr für Hohen? Du hast noch mehr zu kaufen, oder nicht? Was habt ihr eigentlich für Unterrichtstoff? Ähm... Wie haben wir Lernfeld? Das ist nicht herrlich. Der Kemal wollte nicht hierher kommen. Ich habe ihn gezwungen. Weil wir laufen immer durch die Stadt. Aber wir laufen hier sinnvoller. Und zeigen wir euch ein bisschen Zerbrücken von oben. Schön. Hallo, was soll ich machen? Äh... Eigentlich immer... Du musst ja so gegen Sonne stehen. So gegenüber Sonne. Also das heißt, wenn du dort hingehen würdest, wäre besser, ne? So, wo die Kirche zieht? Ja, ist wirklich schön. Ein schönes Aussicht von hier oben. Wow. Das ist dieses... Rathaus. Die Johannes Kirche. Wahnsinn, Alter. Siehst du? Ernst? Nein, nein. Nein, nein, nein. Siehst du? Sag ich doch. Ich bin nicht behindert, Alter. Dass ich euch... Siehst du? Nein, nein. Siehst du? Siehst du? Nein, nein, nein. Hier haben wir hier einen Schraub gepackt. Wir haben hier versucht, die Bilder zu machen. Wir haben hier einen Mobile-Kamera gemacht. Die Kamera ist nicht so, weil sie hier nicht so gut sind. Die Kamera ist auf der Seite stehen. Die Pferde ist nicht so, und hier ist die Aufmerksamkeit. Hier ist die Schraubkampen. Hier ist die Schraubkampen. Wir können hier auch die Schraubkampen. Dr. Kemal. Hier sind die Schraubkampen mit den Schraubkampen. Hier können wir sehen. hier ist Kamal hier ist das ist das 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 ist das das Ich habe hier eine kleine Strasse. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, das ist das. Was ist das? Was ist das? Gernot, das war ich hier. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das Este店. Das ist ihr, der Steher. Das ist Smart mansoer. Welches? Psalme alle. Das sind keine Auschw edges. Wir müssen die weeds machen. Das ist die Sache. They müssen die초bar Cassandra trzięklungen. Läla ich Nokaal kränge. Was patienten? 0.200orte odor. Oh, okay! Wir sind hier im Park und hier können wir sehen, dass wir hier ein paar Fotos sehen können. Ich bin aber immer noch dabei. Ich habe einen kleinen Weg. Ich habe mich daran erinnert, dass ich eine Karte habe. Ich habe einen kleinen Weg. Die ETHIC war er mir nicht so. Ich liebe dir, wenn ich dich verstehe. Ich könnte dich nicht... Ich denke, warum du wiederfällt. Ich bin der Leid. und von der Bruder Kemal brauchen wir immer eine besondere Erlaubnis Bilder zu machen weil er so ein schöner Bosner Schauspieler ist ich habe so Bilder gemacht, da war er nicht gut gefallen weil er so schriegelt und nicht für ihn war aber naja... wir hoffen nicht, dass er nicht leuchtet und was hält wer weiß gleich, das wäre ihm gefallen aber hier haben wir bereits ein Fenster vorgegangen G'mal und Agil wir laufen corrupted wir laufen runter Ja, aber ich nehm schon aufs Kripten-Als Kripten-Als Da wird ja richtig rauer sein, der Kämmer Wir sagen, dass wir im Galle gehen Wir haben die Karno-Geräusche, aber die Karno-Geräusche Wir haben die Karno-Geräusche und die Karno-Geräusche Wir dürfen nicht raus Wir haben heute noch Eis zu essen Ich glaube, wenn er kacken geht, dann finden wir auch Erst mich am kacken So Eis ist aber nicht der Karno-Geräusche Die Karno-Geräusche Sie haben in den Karno-Geräusche Nein, ich habe die Unterk 따�ter geöffnet und dieses ist der Sky ich liebe die Karno-Geräusche Ich liebe die kreise Ich liebe die kreise Wir sind hier im Zubrkost. Wir sind hier im Parais zu essen. Wir sehen uns das hier. Hier ist die Eise gekommen. Mein Name ist Kokos Nuss und Spaghetti Eise. Was ist das? Schoko Eid Pia. Schoko Eid Pia. Wir haben gesagt, dass wir die Eise haben. Wir haben die Eise gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir haben den Eise gemacht. Wir werden das wiederholen. Wir werden uns dann überlegen. Die Eise ist wieder aufgerissen. Es ist nicht kräglich. Das ist ein Junge. Der hat 0.600 Euro. Der hat sich die Eise gefunden. Der hat die Eise gemacht. Der macht auch nichts. Es wird getrunken, die Schicha wird von Abgeordneten der Räume gebraucht und die Adresse vollständig erfüllt, weil die Corona-Maßnahmen. das ist ein fastes weiteres mit dem weg. und hat einen anderen Bauer bei und den Bauer sich an die Leute und die Leute mit dem Bauer und die Leute und die Leute von dem Bauer Wir wollen den Bauer Abonniert, abonniert und abonniert und klickt Wir sehen uns mit einem neuen Videobeschritten und mit einem neuen Videobeschritten. Ich wünsche dir die Aufmerksamkeit. Allahhafiz.